Und hiermit herzlich willkommen zu Core Keeper. So, ich habe mich schlau gemacht und Skalit bekommen wir tatsächlich erst, wenn wir alle drei Bosse besiegt haben. Erst dann geht es weiter, denn verschwinden diese Wände hier und dann kann man weiterziehen. Ähm, und ich habe mir gleichzeitig nochmal angeschaut, wie wir die Gute am besten besiegen. Ich weiß, Spoiler sind irgendwie scheiße, aber mit diesen Eisenstachelfallen, die wir selber bauen können, können wir alles vorbereiten. Und auf diesen Dingern spawnen dann keine Säurefelder. Aber, was natürlich zum einen geil ist, um die Ads loszuwerden und zum anderen können wir vernünftig laufen. Geh weg. Geh weg. Äh, also ich denke, das ist ziemlich cool. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was man dafür brauchte. Aber ich glaube, äh, Eisen brauchen wir in rauen Mengen. Ich weiß nicht, wie viel wir noch hatten. Äh, also wir werden mal noch ein bisschen Eisen sammeln, glaube ich. Und dann, äh, werden wir mal ein paar Finger basteln. Äh, so ein paar Eisenfallen. Eisen Stachelfallen, oder wie die heißen. So. Und dann sollte das gehen. Dann können wir uns da vorbereiten. Bum, 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 bum. Jo. Nehmen wir hier noch ein bisschen was mit. Schmelzen das alles ein. Oh, das ist Gold. Oh. Kein Platz für Gold. Das ist ja traurig. Wenn nicht sogar bitter. Sü. Haben wir hier noch Schätze. Verborgen, ne. Funkelt hier irgendwo was? Da funkelt was. Und dann teleportieren wir uns einfach zurück, würde ich sagen. Aber dann haben wir zumindest einen Plan und wissen, dass es bald weiter geht hier. Das ist, da fühle ich mich schon ein bisschen besser mit. Gold. Ja, was man mit Gold macht, weiß ich auch noch nicht. Kommt vielleicht dann. Wenn wir die Scarlet-Werkbank haben. Äh. Ja. Gebt mir mal ein bisschen Licht hier. Es ist so finster, Alter. Meine Güte. Oh, was ist das da? Kriegen wir das kaputt? Aber wir hätten ja auch einfach außen rum gehen können. Ich bin ja auch ein Depp. Egal. Was war das? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir werden das nie erfahren. Gold. Hm. Hier funkelt nichts. Doch da hinten ganz viel. Da müssen wir hin. Dann müssen wir erstmal schauen, was wir nochmal brauchten für diese komischen Wallen da. Diese Stachelwallen. So. Na komm, jetzt haben wir hier... Ich glaube, wir haben dann über 100 wieder. Ich denke, das ist erstmal okay. Mal den Scheiß hier weg. Telebot direkt zurück, mein Freund. Loop. Scotty beam mich hoch. Da sind wir mal wieder. Warte mal, die... Ne, warte mal, die Ausrüstungsteile packen wir mal in die fette Kiste hier. Na. Äh. Das heben wir mal auf hier. Aber das muss ich hier nicht aufheben, das haben wir, ja. Entschuldigung. Äh. Wir werden erstmal einschmelzen, glaube ich. Äh. Mal hier raus. Mal. So war das. Eisen. Was haben wir hier noch? Kupferschnulli. Immer noch was. Gold hatten wir, ne? Hier. Gut. Noch was. Zinn. Meichung. Zinn. Wow. Ein. Das ist heftig. Okay. Äh. Ne, das wollte ich jetzt erschroeten. Steinwand. Weg damit. Sandwand. Weg damit. Heute ist es okay. Mädchen und Kekse. Um zu tauschen mit dem, der am Ende entscheidet, wer gut ist und wer böses erleidet. Ach so. Ist ne Anspielung auf den Weihnachtsmann. Alles klar. Ich verstehe. Ich verstehe. Äh. 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 Shana. Mashallah. Äh. Antiker Schnulli war doch hier. Habe ich das doch irgendwie gehabt, ne? So, so, so. Okay. Und so was hier. Hier kommt, mach die Mädchen und Kekse da rein. Wo mache ich denn das Lagerfeuer hin? Das ist die wichtigste Frage. Äh. Wo machen wir das hin? Wo wäre sehr idyllisch? Hier wäre es absolut geil. Nice. Äh. Wir zerschreuten jetzt erstmal. Bum, 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 bum. Kicken, was gibt es? Schrott. Und ein paar Fasern. Okay. Äh. Was brauchst du denn hier? Schrottteile und Fasern. Na, das ist ja ein Träumchen. Jo, schön. Haben wir. Muss ich hier gleich was reparieren oder so? Ich hab die Eisenbahn jetzt hier nicht. Aber es geht noch, glaube ich. Ist noch okay. Fast schon. Der ist durch. War ja zu erwarten. Der ist auch durch. Warte mal, kann ich das hier mal äh, aufteilen? Warte mal so. So. Dann geht es doch vielleicht schneller. Bums, bum, bum. Das weg, das weg. Schleim weg. Schleim weg. Pflanzenfaser. Pflanzenfaser. Holzi. Kupfer. So. Wo war denn jetzt hier dieser Stachelfall hier? Wo war denn hier denn? Hier? Da. Zinn. Scheiße. Zinn brauchen wir. Das ist genau das, was ich nicht so habe. Ach der Eisen. So. Eine Rotze. Zinn habe ich nicht mehr so viel. Äh, war ein Zinn machen, da kriegen wir schon ein bisschen was. Aber, je mehr, desto geiler. Auch raus. Okay, dann müssen wir wohl noch Zinn sammeln. Na gut. Dann sammle ich halt Zinn. Ja, komm. Äh, wo war denn das? Das war hier oben. Bei dem lehmigen Boden, ne? Ups. Auch raus. Und. Let's go. Bum, 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 bum. Quietsch, quietsch. Dann gehen wir halt zu dem ollen Larvenpack hier. Bum. Bum, 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 bum. Äh. Sü. Och. Wo waren denn jetzt hier die Schätze? Gibt's hier irgendwo Schätze? Bunkelt hier irgendwo was? Ich seh nichts. Och, hier sind die Wabbelwände. Ne, Wabbelwände sind scheiße. Lass mich mal hier durch. Dauert mir zu lange mit den ollen Wabbelwänden hier. Och, schon wieder so ne olle Truhe hier. Hätte ich ja auch gleich mal schauen können. Wo ist hier, äh. Oh, Wabbel. Ich hasse Wabbel. Die Brückenteile wären auch ganz nice gewesen. Ouch. Sag mal. So, mal los. Ihr Schweine. Sterbt, ey. Ihr seid... Oh. Mich hin. Oh. Oh. Weg mit euch. Komm, wir werden uns mal gleich noch ein paar olle Brückenteile machen. Müssen wir noch mal ne olle Werkbank machen. Äh, erstmal ein bisschen Holz sammeln. Äh, viel hab ich nicht. Acht Holz. Ein Träumchen. Oh, Kater Pikachu. Was ist los mit dir? Schauen wir mal her. Alles, was ich kriegen kann. Her damit. Ach so. Da so. Okay. Klopp. So, wir wollen Zinn. Zinn, zinn. Boah. Sind hier ein Stressbacken? Geht mir nicht auf den Sack, Alter. Okay, hier ist nur der Abgrund des Todes. Dann müssen wir wohl mal hinüber. Ich brauche... Weg mit dir. Was war das? Ach ja, Mädchen und Kekse. Kann man das irgendwie konsumieren oder so? Nö. Sieht nur lustig aus. Na toll. So, gibt's hier noch... Zinn oder bin ich jetzt zu weit zurückgegangen? Hier ist Kupfer. Alles klar. Kupfer will ich nicht. Wir brauchen Zinn. Lass mich durch hier. Ist nur der Abgrund des Todes. Hier sind hier die scheiß Wabbelwände. Hier war ja gar nichts zwischen. Oh, Schamann. Schala. Nervt mich nicht. Oh, meine Truhe. Kaputt hier. Was haben wir hier? Ein Zinnschwert. Das können wir zerlegen. Das gibt bestimmt Zinn. Das deckt der leider nicht hier. Oh, ich kann mich hier mal ein bisschen heilen. Das wäre ein Räumchen. Bum, 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 bum. Wenn, wunkelt was. Ein Traum. Noch mehr. Volt. Oh, was ist denn da los? Rot. Ach, hier ist der fertige Langgedönst. Damals, als er noch lebte. Was ist denn da los mit euch? Und mit diesem komischen Wabbelwände hier ist aber auch so gar nichts. Ja, der Wahnsinn. Ach, da vorne ist was. Aber da sind wir da normale. Ach, Gater Pikachu. Miau doch nicht so. Du brauchst nicht traurig sein. Du bist doch nicht allein. Wenn dir nur Gold kann es sein. Ich will kein Gold. Oh. Da ist er. Oh. Mann, Mann, Mann. Ja, Gater. Was ist denn los mit dir? Ist eigentlich so traurig. War das so gut? Wirklich. Ja, und ich habe gelesen. Kreuzer auf dem Boden. Da kann man buddeln. Da gibt es unter Umständen Kostbarkeiten. Ja, Gater. Wirklich. Das machen wir mal. Wow. Das ist eine richtige Kostbarkeit. Guck, ein Sam hier. Bin hin und weg. Regelrecht entzückt. Gater. Gater. Ist eigentlich so traurig. Gater. Das ist eine Heulboje, Alter. Eine absolute Heulboje. Das ist der Wahnsinn. Ich hatte ja nun schon mein ganzes Leben eigentlich Katzen. Außer die Zeit, wo ich alleine gewohnt habe. Aber ansonsten hatte ich immer eine Katze. Und ich hatte noch nie eine Katze, die so viel rumgejammert hat. Das ist der Wahnsinn. Also, ich bin da manchmal ein bisschen ratlos. Ratlos. Ich weiß nicht, was er von mir möchte. Aber selbst wenn ich zu ihm gehe, dann haut er ab. Dann haut er einfach ab. Dann sagt er sich. Yo, Digi. Ich habe absolut keinen Bock auf dich. Oh. Was? Stopp. Ich will doch nur mein Zinn. Ich glaube, ich spinne. Was bräuchte denn da so? Weiß ich nicht. Ist auch egal. Ist mir schnuppe. Uppe. Ich brauche... Oh ne, hier ist Wabbelwand. Da will ich nicht. Das dauert mir zu lange. Da leuchtet was. Bum, bumm. So, wie viel haben wir denn jetzt hier? 38. Macht 38 Bahn. Macht 38 Fallen. Ich glaube, das reicht, Alter. Ich glaube, das reicht. Wir teleportieren uns zurück. Und... Entschuldigung. Und... Dann... Schmelzen wir den ganzen Schnulli mal ein. Und dann... Ist fein. So, den weg, den weg. Das ist absoluter Müll. Erdwand braucht kein Mensch, Junge. Lehmwand weg damit. Was ist das hier? Larvenwand weg damit. Sandwand weg damit. Erze Schneeball ist mir völlig wumpe, Alter. Ne, das kann hier noch rein. Pilz kann da rein. Äh... Schade. So, so. Ne, das nicht. Das kommt da damit hin. Äh... Äh... Das kommt da mit hin. Larvenfleisch. Was kann hier mit rein? Wann dann hier meine komischen Thronen hier? Ne. Ja, hier. Wo kriegt denn die scheiß Schüssel her? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es jemals erfahren werde. So, gibst du noch... Ja, Zinnbahn. Esen Traum. Ein absoluter Dream. Äh... So, die sind auch alle ready. Hoch. Fangen halt schon an. Äh... Äh... So, da wäre es die Ärzte hier. Hm? Ich bin gerade maximal verwirrt. Ich weiß nicht, was passiert ist. So. Osser mit... Und der Rest da rein. Letzte Gül. Huch. Äh... Das da... Die brauchen wir gleich. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Osser Kupfer, ja. Wer braucht denn das noch? Keine Ahnung. So, dann müssen wir hier mal kurz warten auf die Guten. Hm, wir können ja mal ein paar Leuchte pflanzen. Ernten. Huch. Ich wollte die Leuchte pflanzen. Komm her, ja. Gib mir mal ein Leuchteblümchen. So, das mal so. Äh... Schade. Bum, 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 bum. Schwupps. Shake. Ja. Können wir wieder aufstocken. So. Wunderbärchen. Äh... Auch wieder da hin. Die köcheln da oben noch. Was kann man da machen? Was können wir tun in der Zeit? Das da reinpacken. Das können wir machen. Das können wir tun. Plus zwei Leben bei Nahkampftreffer für zwei Minuten. Mhm, 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 mhm. Voll. Bin begeistert. So, was geht hier ab? Mach doch mal Lack hier, Alter. Ganz ruhig. Auch gleich ruhig. Na los. Schwupps. Der hat noch zwei. Dann können wir hier mal eine Kupfer reinmachen. Na los, der letzte. Zieh. Durch. Junge. Neisser Scheiß. Äh... Ich will mal kurz meine... Meine Moskite... Reparieren. Mal aufwerten hier. Die, 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 die. Der ist so gut wie Heide. So. Weg damit. Ich muss hier nur gucken. Ich glaube eigentlich, dass es reicht. Äh, wo war das jetzt? Ich glaube in dieser Bank hier. Ja. Da war das. Komm raus, Alter. Schwupps. Na. Das ist doch mal eine Ansage. 65. 65. Easy. Ähm... Den da. Den da. Na guck mal. Jetzt ist es durch. Jetzt können wir es hier auch nochmal... Lassen wir mitnehmen. So. Na lass den da noch köcheln. Was soll's. So. Okay. Dann würde ich sagen... Kommen wir da hin. Eiltränke haben wir noch. Jo. Ich glaube, wir sind ready. Okay. Wägelchen. Ups. Tauschen wir hier gleich aus. Wobei. Wobei. Na denn. Auf zur Mutter. Versuch Nummer... 4. Oder 5. Ich weiß nicht mehr. Wie oft haben wir schon versucht. 4 mal. Denkbar. Denkbar möglich. Aber jetzt bin ich super optimistisch gestimmt. Wirklich. Ich glaube, das funktioniert richtig gut mit den... Fallen. Ich hoffe nur nicht, dass sie irgendwie in die Luft fliegen. Bei den Explodierenden. Das wäre richtig scheiße. So. Lass mich raus hier. Äh. Alles hier. Weil wir ein Buch nicht hast. Aber das. Okay. Das haben wir. Okay. Da. Äh. Blümchen. Und. Dann gehen wir los. Let's go. Lass mich raus. 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 Vielen Dank.